Soft-Yoga Soft-Yoga ist sanfter Yoga. Soft-Yoga ist wie eine der Gegenbewegungen zum Power-Yoga oder auch Ashtanga, Vinyasa, Power-Yoga oder Hot-Yoga und so weiter. Yoga hat viele Aspekte. Nicht umsonst, denn die körperbetonten Yoga-Übungen heißen Hatha-Yoga. H ist Sonne, intensiv und massiv und so weiter. Und Ta ist Mond und Mond ist Soft und Yin und Slow-Down-Yoga und so weiter. Normalerweise verbinden wir bei Yoga-Vidya beide Aspekte. Wir haben die anstrengenden Übungen. Das können die letzten Runde des Sonnengrußes sein. Es kann die heuschräge Bauchmuskelübungen sein, V und so weiter. Und wir haben Soft-Yoga-Teile in jeder Yoga-Stunde, wie die Anfangsentspannung, Zwischenentspannung, Abschlussentspannung, dann auch Vorwärtsbeuge, sanfter Drehsitz und so weiter. Aber man kann auch eine ganze Yoga-Stunde Soft-Yoga machen oder auch Hardcore-Yoga. Soft-Yoga ist oft auch Yin-Yoga oder Sanft-Yoga oder Slow-Down-Yoga. Wenn Dich Soft-Yoga interessiert, gehe auf unsere Internetseite yoga-vidya.de querstrich Seminar und dann suche mal nach Soft-Yoga, Sanft-Yoga, Rücken-Yoga, Yin-Yoga und so weiter. Und so findest Du Seminare rund um Soft-Yoga. Und so findest Du Seminare rund um Soft-Yoga.